Mein aktuellen Installateur-TV-Podcast darf ich diesmal Peter Schenk, den Leiter der Vertriebsinfrastruktur Österreich der Frauenthal-Handelsgruppe, begrüßen. Da die Expo 2022 vor der Türe steht, hat es wunderbar gepasst, dass wir uns darüber ein wenig unterhalten konnten. Naja, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, eigentlich die Idee zur Expo hat gestartet in den internen Gesprächen, machen wir eine Hausmess. Und mit ist die erste Expo in einem Zelt, wenn man drin war, hat man gar nicht gewusst, dass man in einem Zelt, das muss ich auch dazu sagen, das war eine Weltklasse, da im Brunnen am Gebirge auf der Brunnenwiesen. Das war so ein Bombenerfolg, dass wir gesagt haben, noch mehr Industrien wollten dabei sein, ist man in die Marx-Halle gegangen beim letzten Mal. Und diesmal haben wir uns noch mehr vorgenommen, eben, so wird es erst angesprochen, bis an der Elektro-Großhandel auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Industrien es sind, aber in Summe 142, 143 Industrien haben wir als Ausstellungspartner. Und ein gutes Drittel, hätte ich gesagt, sind auch Elektro-Industrien dabei. Neben den Einblicken zur Expo, gibt er Details zur aktuellen Marktentwicklung bekannt. Der Bereich ESZ funktioniert hervorragend, da gibt es nicht wirklich irgendwelche Irritationen. Heizung sowieso ein Riesenthema. Im Schaumbereich Sanitär ist es ein bisschen stagnierend. Wir sind zwar nicht hinten. Wir haben gute 15 Prozent mehr Angebote im heurigen Jahr schon erfasst. Der Angebotswert ist gestiegen, aber das Endkundenglientel ist verhaltener. Und entscheidet scheinbar jetzt zur jetzigen Zeit eher in Richtung Heizungstausch, Heizungserneuerung, in Richtung Wärmepumpe und verschiebt das Bad. Diese und viele weitere Themen wie Pilotprojekte in Graz, den ISZ-Cup und raffinierte Lösungsansätze für gefinkelte Branchenthematiken schildert uns Peter in meinem aktuellen Installateur-TV-Podcast. Einfach reinhören und neugierig bleiben, meint euer Herbert Bachler für SRK Radio, SI, HLK und Handwerker Radio.